Äh? Tja, bei uns soeben haben wir die Zeit geändert. Hallo, Daos! Da sind wir wieder! Fünf Sekunden weg und jetzt übermächtig. Du bist... Oh! Pedro! Daos, du bist erledigt. Ich werde dir nicht gestatten, unsere Welt zu zerstören. Du glaubst, du kannst mich stoppen? Meine Zeit auf dieser Welt ist noch lange nicht vorbei, mein Junge. Das werden wir sehen. Oh yeah, was für eine geile Bossmucke. Den machen wir fertig. Ach, Raika, keine Verzerrung bitte. Das bringt bei Daos nichts. Autsch! Yeah, friss Ungnade. Oh, das macht nicht so viel Aua wie bei dem anderen da aus. Das heißt, der hier ist sehr viel stärker. Ich meine, mein Brandzeit macht nur 36 Schaden. Äh, Gnome hat null Schaden immer. Aua. Okay, komm, wir müssen uns grad mal... ...hochheilen. Dann benutze ich mal eine Heilflasche auf mich. Löwenatem. Oh, das ist ja... Löwenatem. Na los, Leute, kommt her. Wir drängen ihn in die Ecke. Nichts da, Junge. Hier wird nicht gezaubert. Tja, wie schnell es doch vergehen kann. Am Anfang dachte ich noch, es ist aus, auch mit Sonic und Tornix. Aber im richtigen Moment ist er einen Zeitsprung gemacht. Äh, jetzt ist er hinter mir. Du Schweine, komm her. Genau, Reika, brutzel ihn weg. Wir müssen ihn von den anderen wegscheuchen. Jetzt bin ich mal gespannt. Kann ich eigentlich, wenn ich von hinten angreife, mehr Schaden anrichten? Ne, der Schaden bleibt gleich. Ähm, meine Heilerin ist grad gest... ...dann, das ist sehr super. Yes! 8.334 Erfahrungspunkte. 25.000 Gold schon wieder. Reika-Level ab. Und Korn ist immer noch ein Steinchen. Wir haben es geschafft. Ähm. Achtung, wir müssen fliehen. Na dann, nichts wie weg hier. Bäm. Okay, wir graben unter einer Steinlawine. Aber ich hätte ihn doch lieber in den Sarkophag eingesperrt. Was geht hier vor sich? Die ganze Energie, die bei der Brechung des Siegels frei wurde, muss zu viel für diese alten Ruinen gewesen sein. Okay, der Text läuft automatisch. Ab, das finde ich nicht so klasse. Als wenn der Mittelpunkt der Erde beben würde. Behalte euch! Wow. Das war knapp. Aber ich glaube, jetzt wird da aus... ...nix mehr. Pedro! Tor nix! Was passiert hier? Tristan! Renn! Weiß auf... Weiß auf Förmlichkeiten. Wir werden uns später kennen. Und so wurde Daraus von dem einstürzenden Ruin begraben und verging im Mittelpunkt der Erde. Ein paar Tage später... Der Beschwörer Jamon Und die Hexe Raika Nach all der Freude und all dem Leid, das wir gemeinsam teilten, war die Zeit gekommen, Lebewohl zu sagen. Ich kann nicht glauben, dass das schon der Abschied sein soll. Ich weiß, Raika und ich werden alleine gehen. Vergiss mich nicht! Ich könnte euch Jungs niemals vergessen! Nee, natürlich nicht. Raika, aber sauf nicht zu viel. Kon, bitte weine nicht. Ich bin froh, dass das Schicksal einen Weg fand, uns vier... ...zusammen zu bringen. Wer hätte gedacht, dass vier Leute aus verschiedenen Zeitepochen so eine verrückte Zeit... ...wie wir gehabt hätten. Ui, Kon! Ich weiß. Jamon, Raika, passt gut auf euch auf. Ich werde euch vermissen. Ich werde dich auch vermissen. Oh je, jetzt war ein Draika. Das ist dann wohl... ...der Abschied? Ähm... Wie wollen die eigentlich in ihre Zeitepoche zurück? Stimmt, Draika hat den Zauber ja auch gelernt. Wollte schon sagen. Was zur Hölle ist hier los? Guck dir das an! Ähm... Sieht aus wie ein Riesen... ...Stein. Mehrere Steine. Meteoriten. Ich glaube, die Abschiedszeremonie verabschieden. Verschieben wir mal, ja? Ich denke, es ist vorbei. Was zum Teufel war das? Ähm... Wer ist das? Es hat funktioniert. Tonics, Dean Morrisons Haus im Jahre 4302. Dieses Licht, das war eine Zeitreise. Exakt. Ich komme aus Albanista. Und aus... Und aus... Und also 50 Jahren in der Zukunft. Mein Name ist Harrison. Aus der Zukunft? Daos, terrorisiert eure Zukunft. Ich wurde in die Vergangenheit geschickt, um die einzigen Leute zu finden, die Daos jemals besiegen können. Willst du damit sagen, dass Daos die Winn absichtlich zum Einsturz gebracht hat? Daos fürchtete, dass wir in die Vergangenheit reisen würden, um euch zu holen. Daher ließ er diese Meteoriten dort auf die Erde stürzen. Er hoffte, euch zu töten. Ich dachte, Daos wäre selbst vom Einsturz umgekommen. Ich sagte doch, wir hätten ihn in den Sarkophag wieder sperren sollen. Wir müssen etwas tun. Wir können nicht einfach da sitzen, während Daos unsere Zukunft zerstört. Genau. Hey Sonic, warum kommst du nicht mit uns? Jau. Wär schade um die Welt, Kumpel. Sieht aus, als würden wir doch noch die Chance bekommen, Seite an Seite zu kämpfen. Der Typ... Er sieht ein bisschen, naja, Haga aus. Haga? Mit dir werde ich allemal noch fertig, du... Kommt schon, Leute. Wir müssen hier weg. Ich kann euch leider nicht weiterhelfen, aber passt auf euch auf und kommt sicher zurück. In Ordnung. Werden wir, Tornix. Ich verspreche's dir. Ah ja, stimmt. Es ist dadurch, dass wir die Zeit geändert haben und das Ding hierher geschickt haben. Und das hier ist der Ort? Hauptsystem online und funktionsfähig. Bearbeite biometrischen Test. Das hier ist... Willkommen im Rechenzentrum. Ich bin Oz, der Hauptrechner. Ja, wir kennen dich bereits, Kumpel. Die Zeitmaschine TORS. Zugriff bestätigt. Lade... Zeitrisstreiber. Ladevorgang abgeschlossen. Erhöhe Spannung. Spannungslevel verzifiziert. Verifiziert. Bitte Zeitepoche und Destination eingeben. Sende uns 50 Jahre in die Zukunft, südlich von Eutzlid. Zugriff bestätigt. Ich wünsche euch eine gute Reise. Haltet euch fest. Äh, passen wir alle da rein? Bestätigt. Startsequenz eingeleitet. Öffnet Zeitris. Bestätigt. Leitet Transfer ein. Und wieder sind wir weg. Mensch, da hat man doch vielleicht ein paar Tage Ruhe und schon muss man wieder die Welt retten. Ich wäre nur ungern Superheld. Da würde ich mich wie eine Putzfrau fühlen. Mensch, ich habe doch eben die Welt vor 5 Minuten gerettet. Kann sie sich nicht einmal selber retten? Mensch. Transfer in Bearbeitung. Oh yeah, und wieder diese geile Szene. Aber ich schätze, daraus hat sich nochmal irgendwie den Arsch gerettet. Anders kann es nicht sein, da da die Zukunft terrorisiert. Nein, und ich... Ach ja, das am Anfang war ja ein Beschwörungszauber. Jetzt fällt mir wieder ein, das wurde gesagt. Da wären wir. In der Zukunft. Und das ist die Zukunft, Totus? Wirklich unglaublich. Totus hieß dieses doch früher. Heute heißt es Miguel. Miguel? Es wurde nach meinem Vater benannt? Aus irgendeinem Grund meinen sowohl die Monster als auch da aus dem Süden Eutzlitz. So gibt es wenigstens einen Ort, an dem man vor ihm sicher ist. Was ist denn jetzt mit Venezia? Jawohl, wir müssen nach Alvanista, um dort dem König zu sprechen. Ich werde schon mal vorgehen, nach einem Transportmittel suchen. Fühlt euch wie zu Hause, aber vergesst nicht zum Hafen Venezias zu kommen. Alles klar. Jetzt haben wir schon eine Truppe von fünf unzertrennlichen Kriegern zusammen. Obwohl du jetzt eine Gruppe von fünf Leuten hast, können nur jeweils vier davon gleichzeitig in einem Kampf teilnehmen. Im Menü kannst du unter Formation wählen, mit wem du kämpfen möchtest. Oh yeah, wieder die geile Totus-Musik. Jao. Was für ein Abend... ...teurer wirklich braucht, ist ein großer Sack, in dem ihr all euer Essen und eure Vorräte verstauen könnt. Ihr könnt diesen hier für nur 30.000 Gold haben. Her damit! Geld verschleudern! Einen großen Sack gekauft. Danke. Jetzt mache ich erstmal Urlaub. Yippie! Okay. Schätze. Mal sehen, was in den großen Sack so reinpasst. Wow, 20.000. Ich brauche nie wieder Essen zu kaufen. Dann haben wir alles rein, was wir haben. Das kann eine Weile dauern. Ich mache mal kurz einen Cut. Okay, hat auch nicht so lange gedauert. Aber der Sack ist jetzt voll. Und, ähm, ja, Form. Äh, ja. Oh, war ja. Sonic ist so low-level. Aber ich will, wenn wir dann in der Gruppe haben. Hm, ja, man hat starke Beschwörungszauber. Aber Raika ist auch sehr vielfältig. Wir lassen erstmal Ja-Man weg. So, und du, Sonic. Du kommst hier nach vorne. Ach ja, und Raika. Du bitte hier nach oben. Über Sonic. Sonic. So, gehen wir mal hier in den Itemladen. Ach, das Ding, das... Das willst du kaufen? Das ist eine dicke Skulptur eines Buschbabys. Sie ist mindestens 100 Millionen Gold wert. Aber wer soll so einen Preis bezahlen können? Hm, gib mir bitte mal ein bisschen Zeit, ja? Dann dieses Ding nicht früher im Hotel von Totos. Ja, ich glaube schon. Willkommen. Heilige Flasche. Okay, brauchen wir Lederumhang. Was? Nur so ein Müll in der Zukunft. Mystik-Rune. Silber-Cape. Keilhacke. Runenflasche. Okay. Live Samuel.